Liebe Movekurs Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wir wären jetzt liebend gern mit dir hier im Wiedenest mit vollem Haus und würden die Movekurse feiern und viel lernen. Leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Als kleine Entschädigung und als Vorgeschmack für nächstes Jahr haben wir aber kleine Teaser-Videos für jeden einzelnen Kurs vorbereitet. Für Start, Kids, Grow, Lead, Build und Train. Zu jedem dieser Kurse gibt es eine kurze Einheit, um dir mal zu zeigen, worum wäre es eigentlich in diesem Kurs gegangen und auch einen guten Impuls, mit dem du vielleicht schon jetzt etwas anfangen kannst und in deiner Arbeit gebrauchen kannst. Klick dich rein, viel Spaß dabei und hoffentlich bis nächstes Jahr.